OpenOffice.org – Textverarbeitung nach PDF exportieren OpenOffice.org kann Dokumente als PDF-Dateien exportieren. Dieses Industrie-Standard-Dateiformat ist ideal für das Übersenden einer Datei, um diese im Acrobat Reader oder anderen PDF-Programmen betrachten zu können. PDFs können nun mit Lesezeichen erstellt werden, einem Inhaltsverzeichnis mit anklickbaren Links, die den Leser direkt auf die Seite führen, zu der die Überschrift gehört. Schnellexport nach PDF – Klicken Sie auf das Symbol Direkt exportieren als PDF, um das ganze Dokument mit den Standard-PDF-Einstellungen zu exportieren. Sie müssen den Dateinamen und den Speicherort für die PDF-Datei angeben, aber Sie haben keine Möglichkeit, auf den Seitenbereich oder die Druckqualität Einfluss zu nehmen. PDF-Inhalt und Qualität kontrollieren Mehrkontrolle über den Inhalt und die Qualität des entstehenden PDF-Dokuments erhalten Sie über Datei Exportieren als PDF Sie müssen auch hier den Speicherort und den Dateinamen für die PDF-Datei angeben. Es erscheint daraufhin aber die Dialogbox PDF-Optionen. Hier können Sie festlegen, welche Seiten in der PDF-Datei enthalten sein sollen, den Typ der Kompressionen, der für Bilder verwendet werden soll und weitere Optionen. Ciao und viel Glück! Interview mit Parettu Spii Spii Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020